Hallo, ich bin die Susanne Neff und heute wollte ich euch kurz was über Nachtkerzenöl erzählen und zwar Nachtkerzenöl, das ist eine Pflanze, die Nachtkerze, die nur nachts blüht und das macht sie ein bisschen besonders und daraus wird das Öl gewonnen und das ist das entzündungshemmendste Öl, was es überhaupt gibt und davon kann man so ungefähr so ein Esslöffel oder sowas nehmen, wenn man irgendwelche Kniebeschwerden hat oder irgendwelche Entzündungen im Darm, also egal wo im Körper man irgendeine Entzündung hat, hilft das dafür das gibt es natürlich auch als Kapseln, weil manche können Öl schlecht schlucken oder manchmal ist es gut man vermischt es mit irgendeinem Saft, damit man es besser trinken kann, auf jeden Fall hilft es genau wie weit auch bei allen Entzündungen, genau, probiert es einfach aus und lasst mich wissen, wie es funktioniert, ciao und dann